Moin und herzlich willkommen. Es ist inzwischen viele Jahre her, da lernte ich ein junges Mädchen kennen und sie war damals vielleicht ungefähr 14 Jahre alt. Ich fuhr damals immer mal wieder als Mitarbeiter auf Jugendfreizeiten und auf eine dieser Jugendfreizeiten hatte sie sich als Teilnehmerin angemeldet. Und wir kamen ins Gespräch, wir kamen ganz gut miteinander aus, wir bekamen irgendwie ein Draht zueinander und Julia erlebte mir immer wieder den ein oder anderen Einblick auch in ihr Leben. Diese Verbindung, sie blieb auch über viele Jahre hinweg und wir sahen uns immer wieder und auch heute begegnen wir uns dann und wann. Julia kam aus Familienverhältnissen, die man als schwierig bezeichnen würde. Ich will das an dieser Stelle nicht weiter ausführen, aber was mich an Julia dann danach, in der Zeit danach immer wieder so richtig begeisterte und faszinierte, Julia ging ihren Weg. Und wenn man auf alles das schaute, was sie im Gepäck hatte, von den Voraussetzungen, die sie hermitbrachte, hätte ich ihr eigentlich eine ganz andere Zukunft vorhersagen müssen. Na klar, es kamen mehrere Dinge zusammen. Julia entdeckte irgendwann, wie Familienleben noch aussehen kann. Sie traf Menschen, mit denen sie reden konnte und sich austauschen und sie wusste ziemlich klar, was sie nicht wollte und sie hatte im Kopf genug Freiraum und Fantasie, um auch Pläne zu schmieden für ihre Zukunft. Aber die wirklich entscheidende Wende, die begann in ihrem Leben dann, als sie anfingen, sich an Jesus zu orientieren. Das passierte alles nicht über Nacht. Da war keine Vieh mit einem Zauberstab, da war auch keine bezaubernde Genie, die nur mal blinzelte und blinkte und ihr kurzerhand drei Wünsche erfüllte. Es dauerte, ja, es brauchte seine Zeit, aber dann wurde ihr Leben neu. Dafür bewundere ich sie wirklich bis heute. Ich glaube aber auch, bei alledem hatte sie auch göttlichen Support. Julia ist heute ein anderer Mensch, wir würden sagen ein neuer Mensch und vielleicht sind es Lebensgeschichten wie ihre, die Jesus vor Augen hatte, als er damals dieses Gespräch mit dem jüdischen Gelehrten Nikodemus führte und als er Nikodemus davon erzählte, dass ein Mensch auch neu geboren werden kann. Ich lese uns den Predigtext, der steht im Johannes-Evangelium, Kapitel 3. Es sind die Verse 1 bis 8. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder wie du tun, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein, er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, das weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren wird. Und mein erster Punkt, meine erste Überschrift heißt Nachtgespräche. Als Nikodemus an jedem Abend zu Jesus geht, da tut er das im Schutz der Nacht. Und es entwickelt sich zwischen den beiden Männern ein echtes Nachtgespräch. Manche Gespräche lassen sich eben leichter im Dämmerlicht führen. Vielleicht auch deswegen, weil die Frage vielleicht überhaupt noch gar nicht so klar ist. Das sind Fragen, die sich kaum scharf und präzise formulieren lassen und auf die es wohl möglich auch keine mathematisch exakte Antwort gibt. Lebensfragen, die mehr ein Lebensgefühl darstellen, die mehr eine Suche sind und im Ungefähren bleiben. Zu solchen Fragen gehört für mich auch die Frage nach Gott oder die Frage nach dem Sinn von Leben überhaupt oder die Frage nach dem, was im Leben unzerstörbar ist und wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen, auf die Straße zu gehen und sich dann auch zu widersetzen. Manche Fragen stellen sich eben, ohne dass ich sie so richtig gut in Worte fassen kann. Und so bleibt dann ja auch offen, was Nikodemus denn eigentlich nun genau wissen will. Jesu Antwort lässt jedoch ahnen, worum es Nikodemus geht. Wie gelingt es? Wie kann das gehen, dass der Mensch neu wird? Dass es eben nicht nur seine familiären oder anderen Voraussetzungen sind, die seine Zukunft bestimmen, dass es nicht nur das ist, was er mitbringt, was darüber entscheidet, was für ein Mensch er einmal sein wird. So wie bei Julia. Oder dass er eben sogar als alter Mann oder als alte Frau seinem Leben noch einmal eine neue Wendung geben kann. Dass der Wind of Change mein Leben verändert. Dass Altes und Abgestandenes weggeblasen wird und dass neuer Wind in mein Leben hineinkommt. Wie geht das, dass mein Leben eine neue Richtung bekommt? Und darum ein zweiter Gedanke, neu geboren. Eine solche Sehnsucht nach einem Neustart im Leben, die kommt mir sehr vertraut vor. Nur, wenn es dann endlich soweit ist, wenn er da ist, wenn etwas Neues beginnt, dann muss ich mich erst einmal orientieren. Das ist so ähnlich, wie wenn ich einen neuen Raum betrete und so wie ich über die Schwelle gehe und ich kenne ihn nicht, dann muss ich mich erst einmal zurechtfinden. Und Jesus, er verwendet hier für das Bild der Neugeburt. Als Eltern, da wissen wir, wie schön das ist, wie faszinierend das ist, wenn man sein neugeborenes Kind zum ersten Mal in den Arm nehmen darf, wenn man es vorsichtig an sich herandrücken darf. Das kann ein sehr, sehr glücklicher Moment sein. Und in diesem einen Moment verschwindet alles andere irgendwie in der Nebensächlichkeit. Die ganzen Strapazen, der ganze Schmerz, in diesem einen Moment ist da auf einmal weniger wichtig. Ich habe mich aber schon öfter gefragt, war dieser Moment für unsere Kinder eigentlich genauso glücklich? Da werden sie unfreiwillig durch diesen viel zu engen Geburtskanal hindurchgepresst. Sie kommen aus dieser schönen Dämmerung, aus diesem gedämpften Licht hinein in eine grelle Helligkeit. Auf einmal ist da eine Weite, die ungewohnt ist. Und dann wird auch noch die Pipeline abgeschnitten, die bisher dafür gesorgt hat, dass sie mit allem versorgt wurden, was sie brauchen. Und ich vermute, dieser erste Schrei ist ein einziger großer Protest über diese neuen Lebensumstände, denen sie nun ausgesetzt sind. Und doch ist genau dieser erste Schrei, doch ist genau dieser erste Atemzug nötig, damit sie in diesem neuen Leben auch ankommen und in dieser unserer Welt gut leben können. Und im Nachtgespräch dieser beiden Männer ist das der springende Punkt. Damit ein Leben wie bei Julia sich um 180 Draht drehen kann, dafür muss der Mensch eben neu geboren werden. Und im griechischen Original, da steht hier ein Wortspiel, das sich im Deutschen gar nicht so genau übersetzen lässt. Denn dieses von Neuem kann auch heißen von oben. Das ist ein und dasselbe Wort. Diese neue Geburt ist eine Geburt von oben. Und das meint Gott selbst, der Vater. Er ist derjenige, der uns Menschen eine neue Identität einstiftet. Er vernichtet nicht das alte Leben, aber er macht es neu. Und dann ist das wie bei dem Kind. Ein aus Gottes Geist neu geborener Mensch, er atmet eine neue Weite in seinem Leben. Biologisch bleibt es natürlich dasselbe Leben und doch wird es irgendwie komplett neu, weil Gott in und durch ihn wirkt. Es kommt zu einer Umkehr des Denkens und mit dieser Umkehr des Denkens kommt es zu einer Veränderung seiner Werte und damit auch seines Verhaltens. Und es weht ein frischer Wind in seinem Leben. Und ein dritter Gedanke, das himmlische Kind. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind, so antworten Hänsel und Gretel auf die Frage der bösen Hexe, als sie wissen will, wer das da ist, der an ihrem Knusperhäuschen zugange ist. Spannenderweise habe ich mich nie darüber gewundert, dass Hänsel und Gretel so tun, als könne der Wind sprechen. Inzwischen gibt es jede Menge entschärfter Varianten dieses einen Märchens. Mal werden die Kinder nicht ausgesetzt von den Eltern und mal überlebt die Hexe am Ende. Sie wird nicht in den Feuerofen gestoßen und verbrennt da eben auch nicht. Aber dass der Wind sprechen kann, das ist offensichtlich noch nie ein Problem gewesen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass Winde tatsächlich so unberechenbar sind, dass man ihnen auch selbst das zutraut. Letzten Sonntag, am Pfingstsonntag, da hatten wir hier in Kiel richtig wunderschönes Wetter. Vielleicht ein bisschen windig, aber irgendwie passte das dann ja auch zu diesem Tag. Und dann konnte man beobachten, wie der Wind durch diese im Moment wunderschönen gelben Rapsfelder hindurch fuhr und mit ihnen fast spielte. Der Raps erfolgte dem Wind und bewegte sich in seinem irgendwie unberechenbaren Rhythmus und manchmal entstand dann so etwas wie eine Wellenbewegung. Der Raps, der neigte sich und richtete sich wieder auf. Ein ganz eigener Rhythmus, der hier entstand. Der Wind, das himmlische Kind, bewegt Raps, aber er bewegt auch Segel und Windmühlen und auch Menschen. Der Wind als Atem der Welt und die Welt, die sich von ihm bewegen lässt, sicherlich auch das ist nur ein Bild. Aber genau das passiert auch in uns drinnen, wenn wir atmen. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass da, wo wir Menschen einatmen und ausatmen, wir uns auch bewegen. Also alles das, was wir hier so drin haben im Körper, also Niere und Magen und was da noch so alles ist, das verändert sich, wenn wir einatmen. Wir atmen ein und es bewegt sich, wir atmen aus und es bewegt sich wieder. Und genauso stelle ich mir das mit dem Geist Gottes vor. Wo er in unser Leben hineinkommt, da bewegt sich was. Spannenderweise verwendet die hebräische Sprache ein gemeinsames Wort für Atem, für Wind, aber eben auch für Geist. Genauso stelle ich mir das vor. Wo er in mir wirkt, verändert sich mein Leben. Und jetzt noch einmal zurück zu Julia. Inzwischen hat Julia längst ihre eigene Familie gegründet und sie steht vor genau den Herausforderungen, vor denen alle Eltern stehen, vor denen alle Mütter und auch Väter sich immer wieder damit sich täglich auch beschäftigen müssen. Und doch ist ihr Leben heute ein anderes. Und ihre Kinder, sie wachsen anders auf, als sie damals aufgewachsen ist. Was ihr Leben, das Leben Julias mit unserem Leben verbindet, das ist die Chance auf einen Neuanfang. Und Jesus, als er an jedem Abend vor langer Zeit sich mit Nikodemus unterhält, da gibt er ihm einen Tipp, wie das eben geht, wie das gehen kann. Denn wo sein Leben anfängt, Gottes Geist zu atmen, da wird es neu. Es passiert etwas wie eine Neugeburt und er empfängt eine neue Weite. Und das gilt auch für uns heute. Lassen wir also Gott in uns wirken. Bleiben Sie bewahrt.